Eigentlich meint es die Natur doch gut mit uns Frauen. Wir können 82, 84, 86 Jahre alt werden und daraus resultiert natürlich auch ein ganz anderer Lebensentwurf als noch um die Jahrhundertwende. Aber leider hat sich die neue Lebenserwartung noch nicht bis zu den Eierstöcken rumgesprochen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Göstinghoff, Dr. Heidi Göstinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir helfen, schneller schwanger zu werden. Wir Frauen haben eine super Lebenserwartung. Wir betreffen die Männer um, ich glaube, sechs Jahre und wir können bis zu 84, 86 Jahre alt werden. Und da ändert sich auch schon so mal mancher Lebensentwurf. Warum soll ich mir dann mit dem Kinderwunsch so einen Druck machen, wenn ich doch noch ein paar Jährchen mehr Zeit habe als noch vor 100, 140 Jahren? Wenn du dir Paare anguckst, die so um 1920 gelebt haben und du guckst dir Fotos an von 40-Jährigen, da denkst du manchmal, da ist manche Dame mit 80 heute flotter unterwegs. Da siehst du schwarz gekleidete Menschen, die irgendwie schon fertig waren mit ihrem Leben. Und dem war ja auch so ein bisschen so. Die Familienplanung war abgeschlossen, beruflich war man als Mann gesettelt, gab keine Fortschritte mehr. Als Frau warst du wahrscheinlich sowieso nie arbeiten. Und die Kinder waren aus dem Haus und die nächste Rolle war Oma und Opa. Die Lebenserwartung war gerade so um die Jahrhundertwende noch, um die 60 Jahre. Also da sind wir heute schon mit 20, 25 Jahren mehr dabei. Und da kann man natürlich auch schon mal verstehen, dass bestimmte Dinge einfach nach hinten rutschen. Weil wo um die Jahrhundertwende mit 19 oder 20 die ersten Kinder anstanden, da meldet sich heute gerade mal vielleicht der Schulabschluss an. Vielleicht magst du auch noch mal studieren. Das ganze Leben hat sich gewandelt. Auch wir Frauen haben eine Berufsausbildung. Wir machen Karriere. Wir tragen zum Lebensunterhalt bei. Und wir wollen das natürlich auch ein Stück weit genießen. Wir möchten gern vielleicht noch mal schön verreisen. Wir suchen den richtigen Partner, möchten eine super Traumhochzeit haben, vielleicht noch eine kleine Wohnung oder ein kleines Haus. Und dann irgendwann, dann könnte auch mal Familienplanung anstehen. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Mein Credo war immer, wenn ich 35 bin, dann kann ich bis 40 immer noch 5 Kinder kriegen. Und ich weiß auch noch, wo ich dachte, hups, du wirst jetzt dieses Jahr 35. Familienplanung war noch kein Thema. Und alles, was du dir aussuchen kannst, wo du halt wirklich gucken kannst, wann will ich es haben? Das ist etwas, was nie passt. Du kannst ja heute aussuchen, wann du die Pille absetzt, wenn du aktiv in die Familienplanung gehst. Das war ja in anderen Zeiten nicht immer so. Und dann, ach ja, vielleicht doch noch mal eine Auslandsreise, vielleicht doch noch mal ein Karriereschritt. Und die Uhr tickt immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und das Geräusch wird immer unangenehmer. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Das ist so ein bisschen wie in der Schule. Wenn du spät für die Klassenarbeit angefangen hast zu lernen, dann musstest du auch mal eine Nacht durchlernen, oder? Ich will dich jetzt nicht dazu animieren, nächtelang durchzumachen für deinen Kinderwunsch. Aber wenn du spät Kinderwunsch hast, dann musst du vielleicht ein bisschen anders planen als mit 25. Mit 20, 25 hast du eine Schwangerschaftsrate von 25%. Die macht einen dicken Knick mit 35 nach unten und endet bei knapp 5% um das 44. Lebensjahr. Ich selber habe mit 49 noch ein Kind bekommen. Ich weiß, dass das möglich ist. Und ich weiß auch, dass das durchaus kein Thema ist. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich hinter meinem Kind nicht mehr herkomme. Aber du musst es halt ein bisschen straffer planen, damit du dich wirklich optimal vorbereitest, damit du wirklich weißt, dass du die Zeit, die du noch hast, die fruchtbare Zeit, die du noch hast, wirklich optimal nutzt. Das bedeutet jetzt nicht, dass du bei Google mal guckst und denkst, ach, das Pöferchen sieht gut aus. Die Tabletten könnten wir vielleicht auch noch nehmen. Akupunktur wäre vielleicht auch noch eine gute Idee. Das meine ich nicht mit einer Vorbereitung, weil das ist immer nur punktuell irgendwas gemacht. Das schönste Nahrungsergänzungsmittel hilft dir auf der einen Seite nicht, wenn auf der anderen Seite der Darm nicht in der Lage ist, das aufzunehmen. Und wenn du zu wenig schläfst, dann ist eine gesunde Ernährung zwar keine schlechte Angelegenheit, aber sie hilft nicht unbedingt. Du selber musst die Verantwortung für deinen Körper übernehmen und dein Körper ist nicht punktuell irgendwann nur so ein bisschen was, sondern das ist ein Gesamtwerk. Da spielen gerade auch zum Kinderwunsch Punkte mit rein, wie Ernährung, Detox, was machen deine Labordefunde, was brauchst du an Diagnostik, was macht deine Darmgesundheit, wie schläfst du, hast du Killerzellen und, und, und. Diese Liste könnte ich unendlich fortsetzen und das ist ein sehr komplexes Thema und da gibt es ganz viele Anregungen. Damit du das nicht alles alleine machen musst und dir das selber mühsam zusammensuchen musst, gibt es jetzt mein 12 Wochen Coaching. Ich begleite eine kleine Gruppe von Frauen über 12 Wochen intensiv bei der Vorbereitung für ihren Kinderwunsch. Da gehen wir all diese Themen durch. Wir haben jede Woche ein anderes Thema. Dazu gibt es einen kleinen Vortrag. Es gibt ein ausführliches Skript, aber es gibt auch genügend Zeit, a, sich in der Gruppe auszutauschen und b, mir alle Fragen zu stellen, die anstehen. Ob das jetzt zur aktuellen Therapie ist, ob das zum Wochenthema ist, ob das etwas ist, was du gerne wissen möchtest, ich habe da gehört, das und das soll super wirken. Egal. Das sind Themen, die wir dann bearbeiten und nach 12 Wochen ist die Gruppe auch oft sehr gut zusammengewachsen und ich habe in diesen Gruppen eine Schwangerschaftsrate von 30%. Also das ist enorm, was man mit einer guten Unterstützung, sei es ja auch mental, dass man mit 40 kriegst, dann ja oft zu hören, wie, jetzt noch? Das ist vielleicht ein bisschen spät dran. Nein, wenn du es richtig vorbereitest und wenn du die richtigen Therapien willst, funktioniert es auch noch mit 40. Als auch, dass du von der Ernährung her noch mal guckst, was kann ich machen? bestimmte Dinge wie Schlaf oder auch zum Beispiel Zahngesundheit noch mal dir anguckst, das Ganze noch mal in ein ganz großes Gesamtpaket packst und guckst, wie das miteinander zusammenhängt, damit du eben auch weißt, warum du das machst, das hat vielen Frauen sehr geholfen und wie gesagt, eine Schwangerschaftsrate von 30%, wo du sonst nur zwischen 7 und 5% hast, finde ich schon enorm. Also, wenn auch du leichter schwanger werden möchtest, dann lass dich von deinem Lebensalter nicht abschrecken und komm in mein Kinderwunschcoaching. Ich verlinke dir unten das Infovideo und wenn du dazu noch Fragen hast, gibt es dann einen Link, wo du mit mir einen Gesprächstermin vereinbaren kannst. Ich würde mich freuen, wenn ich dich dann auch bei deinem Weg auf dem Wunschkind ein Stück begleiten darf und dir helfen darf, deinen Körper optimal vorzubereiten. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, das ist auch ein Thema für den oder für die, dann leite das Video gerne weiter. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es gerne und aktiviere die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Ich wünsche dir alles Liebe und ich wünsche mir, dass wir uns vielleicht im Coaching wiedersehen. Bis dann, deine Heidi. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020